Man hat gespürt, es ist Leben in der Mannschaft, ein ganz anderes Gesicht wieder gezeigt und es ist, glaube ich, bei den Toren sehr viel abgefallen von uns. Sehr, sehr schön, dass so viele Zuschauer im Stadion waren und man wirklich das Gefühl hatte, man kann den Leuten wieder was zurückgeben. Mit so einer Kulisse ist es dann natürlich umso schöner, deswegen bin ich sehr froh über den Sieg. Wir haben uns heute extrem viel vorgenommen und ich denke, wir waren von der ersten bis zur letzten Minute wirklich voll da. Wir haben uns in jeden Zweikampf geschmissen, wir waren mutig nach vorne, wir haben auch mal vor allen Dingen geschossen und dann sieht man auch, dann kann ein Ball auch mal reinrutschen. Ich glaube, es war super einfach heute Abend für heimischer Kulisse, es war eine richtig gute Stimmung und unser Ziel war, dass wir heute zeigen, wie sehr wir es wollen, auch auf dem Platz und ich denke, das hat man gesehen und deswegen haben wir, glaube ich, auch so überzeugend gewonnen heute.